Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy XII Einen Moment Ich brauche nur was, was von meinem Bett lag Ich musste erstmal aufpassen, mich nicht an meinem Headset aufzuhängen Und jetzt muss ich mein Kabel nochmal festklemmen sein Wir reisen heute der Main Story in der Dazu müssen wir nach Boro Omizache, ich denke mal da unten raus Wurde mal, nee, Golmoro Dschungel Der schließt an Boro Omizache an Wie ist auch der Weltkarte außer Da, genau, der Golmoro Dschungel ist da unten Und wir müssen nach Boro Omizache Ja, dann Müssen wir eigentlich in den Dschungel Dafür trotzdem erstmal Ah nee, da unten rechts komme ich gar nicht hin Genau, da ist ja Da fehlt ja eine Brücke Ich habe Seife erhalten Bloß nicht fallen lassen Und jetzt Muss ich mir erstmal Meine Blackroll ins Kreuz legen Ich habe Furchtbare Schmerzen Ich habe keine Lust Jetzt schon was zu nehmen Ich glaube es tages wahrscheinlich was nehmen werden muss Und solange sich die Schmerzen noch aushalten lassen Ich werde es vermeiden, weil ich keinen Bock habe So viel auf Einen Tag zu nehmen Beziehungsweise befürchtet, dass ich sowieso Migräne habe Also eine Schmerztherlotte jetzt eher wenig bringt Das Triptan kann ich noch nicht nehmen, weil Ich gerade erst einen Kaffee weg habe Wenn mich nicht alles täuscht Ergänzen sich Kaffee und das Triptan sehr sehr ungünstig Weil es Triptan unter anderem Gefäß verengt ist Gefäß erweitern der Kaffee Macht es ein bisschen kaputt Ja komm dann haue ich euch halt auch noch um Ja komm dann haue ich euch halt auch noch um Dann zerlege ich eure gesamte Population Ich kriege dafür Loot Was kriegt ihr? Ich muss halt echt hart aufpassen Dass ich nicht Den Fliere da umknüppel Okay Ich muss halt einfach mal Ich muss halt auch noch um Ich muss halt auch noch um Oh, die geben wir zwei LP. Stimmt. Okay, wir hatten die FP. Das waren Fab-Punkte. Was sind LP? Lustpunkte. Hört sich gut an. Was sind die Schmerz? Was sind die Schmerz? Schmerz vielleicht für mich und für dich. Aber für Dalmaska ist es Hoff. Und du kannst das einfach nicht wahrnehmen, kannst du? Nach Vayne zu Rügen, ich habe die Hoffnung für die Höhne geblieben. Aber ich habe nie vergessen, meine nightlige Vöse. Wenn ich nur eine Person von der Wurzung schütze, dann würde ich keine Schmerz. Ich würde sie sehr stolz. Ich habe keine Schmerz. Ich habe keine Schmerz. Was ist ein Schmerz für mich? Meine Leute lieben die Empire. Sie werden das nicht akzeptieren. Es gibt Hoffnung. Hoffnung für ein Zukunft, wo wir uns mit Händen, als Brüder. Larsa, bitte. Das ist ein Schmerz. Von der Wurzung. Von der Wurzung. Von der Wurzung. Von der Wurzung. Wurzung. Von der Wurzung. Von der Wurzung. Von der Wurzung. Wurzung. Von der 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 Wurzung. We will have bought much-needed time to shore up our defenses. Just as His Excellency had hoped. No matter the result, I'm pleased with the young Lord's progress. I can already see the stunned faces of those mud-witted Senators. The fools think a child Emperor's strings easy to pull from the shadows. But they will find that Lord Larsa is no puppet. Yes, the Senators would be most pleased with a puppet for an Emperor. Recall, Drace, how the Senate fears and despises Lord Vane's ability? When they realize the truth, that Lord Larsa is no docile lamb to be shepherded, they will bare their teeth and devour him. You're right. I shall speak on this matter with His Excellency at once. Gabranth, it falls to us to protect Lord Larsa. Are we agreed? Aye. Sehe ich das jetzt richtig als quasi Dreieckskampf? Das Imperium gegen uns, wir gegen das Imperium und Larsa gegen alle? Wir waren im Goldmorddschungel, aber dort versperrten seltsame Barrieren die Pfade. Auch wenn die irgendwie umgehen kann. Wir werden es herausfinden. Ich schaue aber erstmal in die Lizenzen rein. Ein paar habe ich ja erhalten. Gar mit Zeilen für Waren brauche ich halt nicht. TP, ja, ist mir schlecht. TP, ja, ist mir schlecht. Hm. Nehme ich mir mal Lizenzen. Leichte Lizenzen. Zu Dingen, die ich noch nicht tragen kann, aber die ich mir vielleicht demnächst mal im Shop kaufen kann. Ja, mehr Durchschlagskraft zum Beispiel ist auch richtig gut. Noch mehr Durchschlagskraft. Durchschlagskraft wäre bei dir auch nicht schlecht. Goldkürasse. Noch ne Mistrott. Schnelle Reaktionsbalken. Das ist super cool. Feurer. Schnelle Reaktionsbalken für Batsch. Ja, ein bisschen mehr Tankiness. Asch kriegt eine bessere Schildauswahl. Eine bessere Schwertauswahl. Ja, nehm ich hier so ne komische Kappe. Panelo. Entschuldigung. Hm. 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 Machen wir mal so, weniger in P-Kosten, stärkere Magie. Und falls so schön war, hier noch eine Lizenz, Entschuldigung. Das speichere ich auch gleich nochmal ab. Dann auf in den Goldmord. Und nachdem wir ja wieder in einem neuen Gebiet sind, bleiben wir auf normalem Spieltempo. Um alles ein bisschen zu sehen, ein bisschen zu genießen. Ah, das ist ein Qual, okay, ich habe es nicht erkannt. 30, 25, 24. Ah, ich habe den Hühnerkragen. Und Ash mit drin. Hatte ich nicht auch was mit... Hier, Lizenzpunkte, Goldamulett. Ah, hat Penelo, okay. Ah, deswegen habe ich auch keine Analyse mehr. Ja. 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 teenagers Wir haben. Ja. Ja. Ha. Ja. ов-aah. Ja. Das sind die Barrieren, die er meinten, ne? Wie ist es der Grease-Band? Wie ist es der Grease-Band? Ihhh, Morbull! Ihhh, mehrere Morbull! Ein Bogeoneo, oder wie das heißt? Ja! 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 Wie sie sich beide auf den Stürzen. Die Karte des Gollmar-Dschungels. Jetzt bleibt doch hier, du dumme Mist-Sau. So, die erhol ich mir jetzt. Ah, Lars hat es auch wieder da. Gut, dann verlassen wir das Gebiet. Um zu speichern. Und dann bedanke ich mich mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.